Was geht ab, Leute? Euer Fripsys hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in diesem Video geht es auf jeden Fall um den schwarzen Farbenbomber, beziehungsweise um den dunklen Farbenbomber, um die dunkle Spitzhacke und um den Gleiter, der auch zum Farbenbomber gehört, wie man die bekommen kann und so weiter. Ich würde sagen, Leute, bevor das Video anfängt, lasst mir gerne mal einen Daumen, da vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn bei 450.000 Abonnenten wird es auf jeden Fall ein richtig bombastisches Gewinnspiel geben. Ihr könnt V-Bucks, Hardware und vieles mehr gewinnen, Leute. Ich habe da auf jeden Fall wieder was richtig krasses für euch organisiert, also einfach mal ein Abo dalassen, damit wir schneller an die 450.000 Abos kommen. By the way, Leute, heute Abend werde ich wieder ein bisschen Fortnite streamen auf Twitch und zwar werden wir da die Vollscrimmish Challenges machen, also wenn ihr da auch mal vorbeischauen möchtet, dann nur zu um 22 Uhr fangen die Challenges an und von 20 bis 22 Uhr spielen wir einfach normal. Also wenn ihr Bock drauf habt, Leute, kommt auf jeden Fall mal rein. Jetzt haben wir aber schon genug gequatscht, starten wir doch mal direkt mit dem eigentlichen Video. Let's go! So, Freunde, wie ich bereits erwähnt habe, geht es heute hier in dem Video um den dunklen Farbenbomber. Der dunkle Farbenbomber ist ein Skin, der angeblich durch den Würfel sozusagen entstanden ist und er wurde dann halt so konvertiert, sag ich mal, also wurde so umgeswitcht und dann ist aus einem guten Farbenbomber der böse Farbenbomber geworden, also der dunkle Farbenbomber. Und ihr wisst ja selber, Leute, dieser Würfel, der jetzt halt derzeit in Fortnite ist, bringt nur Unglück und Pech. Alles, was der Würfel berührt, ansieht, anspritzt oder was weiß ich was macht, wird dann halt dementsprechend, äh, ja, sag ich mal, stirbt oder wird halt böse und das gleiche ist halt auch mit der Farbenbomberin passiert, denn aus dem Wochen 9 und 10 Ladebildschirm, ähm, von der Season 5 haben wir gesehen gehabt, dass die Farbenbomberin halt diesen Würfel angefasst hat und nachdem sie ihn halt dann dementsprechend angefasst hat, hat man da so ein kleines Spiegelbild gesehen und dort war dann halt dementsprechend so eine Farbenbomberin, wo man halt auch ausdrücklich gesehen hat, dass die absolut böse ist. Und jetzt ist es so, dass wir mit diesem Update, was wir heute bekommen haben, am 3.10.2018, äh, dort haben wir halt neue Items ins Spiel bekommen, wo wir auch sehen konnten, dass die absolut zur, äh, dunklen Farbenbomberin gehören. Wir haben dort unter anderem die Spitzhacke bekommen, das könnt ihr im Hintergrund sehen. Ihr wisst es selber, Leute, die normale Farbenbomberin hat ja auch, äh, die Regenbogenwucht als Spitzhacke und diese sieht jetzt halt hier im Hintergrund so aus. Also böses Lama und, äh, das Coole ist auch bei diesen Spitzhacken, bei der Farbenbomberin feiere ich das nämlich auch. Erstens, da ist so komischer Glitzer drumrum, das gleiche wird auch hier geschehen, nur das ist halt so ein, äh, lilanes Scheinen und so lilaner Glitzer und wenn man mehr als zwei Kills hat, leuchten die Hörner und, äh, dieses, äh, ja, diese Spitze halt, diese Nase, sag ich jetzt mal, also das Horn und die zwei hinteren Hörner werden auf jeden Fall leuchten. Das finde ich mega, mega fresh, meiner Meinung nach. Natürlich ist das nicht alles, Leute, es wird natürlich auch weitere Items geben, beispielsweise soll halt auch mit dieser Farbenbomberin ein Gleiter reinkommen im Spiel und zwar hier im Hintergrund dieser Gleiter und zwar ein Würfelgleiter, wo die ganze Zeit, sag ich jetzt mal, die Symbole oben auf dem Gleiter sich ändern sollen. So soll das Ganze sein, das ist in der Farbe grün, das heißt, es wird 500 V-Bucks kosten und die Spitze hat es zwischen 1200 und 1500 V-Bucks kosten. Aber das ist nicht alles, Leute. Normalerweise sollte ja auch die, ja, dunkle Farbenbomberin da sein, beziehungsweise wir sollten auch schon ein Bild darüber haben. Aber komischerweise hat es Fortnite so gemacht, dass sie diese Farbenbomberin in eine Datei reingepackt haben, wo die Leaker keinen Zugriff drauf haben. Beziehungsweise ist es so gut versteckt, dass man es einfach nicht gut entschlüsseln kann und es ist so gut codiert, dass man einfach nicht gut drankommt, Leute. Das ist einfach das Problem. Und das war auch mit den ein oder anderen Skins davor schon so, dass man nicht drangekommen ist, da sie jetzt so, ich sag mal, neue Arten probieren, die Skins zu verstecken, sodass die Leaker nicht im Voraus schon sehen können, was man für Skins bekommt. Und das Ding ist, Leute, diese schwarze, beziehungsweise, äh, nicht schwarze, also diese dunkle Farbenbomberin soll in Zukunft dann genauso wie hier im Hintergrund aussehen. Hierbei muss ich aber auch anmerken, Leute, dass es, äh, eventuell nicht zu 100% stimmen könnte. Es ist sozusagen ein Remake von einem Fan, aber es sieht schon dem, äh, ähnlich, was wir auch hier aus dem Würfel gesehen haben und ich finde auch, dass dieser Skin so rauskommen wird. Das Traurige dabei ist, Leute, dass wir erfahren haben, dass dieser Skin nicht ein, äh, eine weitere Möglichkeit vom Farbenbomber ist, die aufzutunen, das heißt, durch Challenges einfach besser zu machen, sondern diese nette Dame wird es einzeln im Shop geben, sozusagen gibt es eine normale Farbenbomberin, dann gibt es nochmal die dunkle Farbenbomberin. Das werden zwei unterschiedliche Skins sein, nicht so wie beim Tomatenkopf beispielsweise, dass wir hingehen können, den aufleveln können und wir bekommen die andere Variante. So soll es nicht werden, es soll ganz normal als einzelner Skin in den Shop kommen. Natürlich kann diese, äh, Änderung auch abweichen die ganze Zeit, aber wir wissen nicht, wie genau das aussehen soll. Außerdem, Leute, ist es halt so, dass das Ganze laut den Leakern in den nächsten 1-2 Tagen in den Shop kommen soll. Also wenn, dann ist es entweder so, dass wir das jetzt um 2 Uhr morgens, also am 4.10. um 2 Uhr morgens bekommen werden, oder halt die drauf folgenden Tage. Aber ich persönlich finde, oder ich denke mal, dass erstmal die Insel, ähm, ankommen muss bei der nächsten Rune und dann wäre es eventuell eine Option, dass dieser Skin kommen könnte, denn es muss ja irgendwie mit einer Vorgeschichte reinkommen. Die können ja nicht den Skin einfach so reinbringen, ohne mal ganz kurz zu erklären, was überhaupt mit dem Skin passiert ist. Denn, Leute, wir sind einfach offen, äh, dagelassen worden. Wir wissen nicht, was da danach passiert ist, als, äh, die Farbenbomberin den Würfel angefasst hat. Deswegen bin ich gespannt, ob da irgendwas passiert. By the way, heute um 22 Uhr soll ja auch dementsprechend, ähm, der Würfel und die Insel zusammen soll ja die nächste Rune erreichen und dort wird dann die Insel aktiviert. Eventuell wird sie auch so sein, Leute, dass halt dementsprechend auch eine kleine Story zum dunklen Farbenbomber kommt. Aber das ist nicht alles, Leute. Das ist nicht alles, was ich euch zeigen wollte. Also nochmal ganz kurz fasse ich aber alles zusammen, bevor ich weitermache. Dunkle Farbenbomberin wird reinkommen, wird ein einzelner Skin sein. Laut den Leakern soll es in 1-2 Tagen erscheinen und es wird auf jeden Fall einen Gleiter und eine Spitzsacke dazu geben. Das Ganze wird euch ca. 5000 V-Bucks kosten, wenn ihr euch alles kauft. Plus, minus 4000 V-Bucks ca. Also natürlich gucken wir jetzt halt, ob diese Farbenbomberin legendär sein wird, aber ich denke eher nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Farbenbomberin 1500 kosten wird, die Spitzsacke 1200 und dann nochmal halt der Gleiter. Also das ist jetzt nicht so die Welt. Muss man sich halt ein bisschen V-Bucks vorseite legen oder ihr spielt halt einfach ein bisschen, ja, Fortnite rettet die Welt. Auf jeden Fall ein mega, mega Charakter. Natürlich, Leute, gibt es noch weitere Skins, die erscheinen werden. Zum einen haben wir Heyman. Das ist eine Vogelscheuche, die hat auch eine weibliche Variante und zwar Strow Ops. Können wir auch gerade im Hintergrund sehen. Die beiden Gleiter sind auch richtig, äh, nicht Gleiter, die beiden Rückenaccessoires sind auch mega geil. Einmal Vogelhäuschen und dann haben wir nochmal so eine Sonnenblume, die auch aufgestellt worden ist. Sieht auch interessant aus. Ist angeblich ein Vogelnest. Dann, Leute, haben wir den Gleiter und zwar Field Raid. Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall sieht es so aus, als ob das irgend so eine Mumie ist, die halt dann dementsprechend als Gleiter genutzt wird. Dazu passend haben wir noch eine Spitzhacke bekommen und zwar Hoverest. Da haben wir auch gerade hier im Hintergrund. Sieht mega interessant aus. Soviel auf jeden Fall zu den Skins, die wir noch bekommen werden. Es gibt noch ein paar Emotes, aber die sind bereits schon gelegt worden beziehungsweise waren schon alt. Außer das eine und zwar T-Post ist heute neu gekommen, aber Leute, da stellt man sich einfach wie so ein T hin. Das war's. Also es ist nichts wirklich Interessantes. Soviel auf jeden Fall zu dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, Leute, schaut heute Abend gerne mal auf Twitch vorbei. Werde auf jeden Fall dort streamen. Würde mich mega freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet und dann im Großen und Ganzen würd ich dann aber auch schon sagen. Leute, das soll's gewesen sein. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Frips. Ciao.